Was treibt so ein Whistleblower, also ein Geheimnisverräter bloß, an? Darüber möchte ich nun mit Guido Strack sprechen. Er ist studierte Jurist, war selbst Whistleblower in seiner Zeit als Beamter bei der EU-Kommission und ist nun erster Vorsitzender des Whistleblower-Netzwerkes. Schönen guten Abend nach Köln, Herr Strack. Guten Abend nach Hamburg. Was ist denn die Motivation eines Whistleblowers? Warum macht er das, obwohl sich, wie er jetzt in dem Fall Snowden, sein ganzes komplettes Leben ändern kann? Ja, die meisten Whistleblower ahnen ja nicht, dass sich ihr ganzes komplettes Leben ändern kann. Sondern die meisten sehen halt einen Missstand, den sie bekämpfen wollen und den sie alleine nicht bekämpfen können. Dann suchen sie sich jemanden, an den sie sich wenden können, damit der Missstand abgestellt und die Schuldigen vielleicht auch zur Rechenschaft gezogen werden können. Wenn Sie sich die verschiedenen Typen mal dieser Whistleblower anschauen, vielleicht auch sich selbst, gibt es da Gemeinsamkeiten im Charakter? Ich denke, dass die meisten Whistleblower auf Werte auch großen Wert legen. Das heißt nicht so sehr Loyalität unbedingt gegenüber Personen empfinden, ihren Vorgesetzten, sondern für die Werte einer Gesellschaft, für Grundrechte, aber auch für die Werte einer Organisation. Und dann halt einen Unterschied feststellen zwischen der Befolgung der Werte und den Werten, wie sie eigentlich hochgehalten werden. Also zum Beispiel Berufsethos spielt für viele Whistleblower eine große Rolle. Sie sind ja studierter Jurist. Die meisten Whistleblower bewegen sich aber außerhalb des Rechts. Rechtsgesetze werden auch übertreten. Wie passt das für Sie zusammen? Naja, das kann man so, glaube ich, nicht sagen. Das Problem ist, dass die Whistleblower in Deutschland zum Beispiel gerechtlich gar nicht geschützt sind. Das heißt, sie dürfen sich noch nicht mal an eine Behörde wenden, selbst wenn die zuständig ist, sondern müssen zunächst versuchen, intern eine Klärung herbeizuführen. Und nur wenn die gescheitert ist, dürfen sie sich unter Umständen an eine Behörde wenden. Und an die Öffentlichkeit im Regelfall ohnehin nicht. Und wie passt das zusammen, kann ich zurückfragen mit einer Demokratie, in der der Souverän, also die Bevölkerung ja eigentlich wissen sollte, was passiert. Aber Sie als Jurist, ist es für Sie in Ordnung, dass Gesetze übertreten werden? Nein, ist es nicht. Deswegen bin ich ja zum Whistleblower geworden, weil halt Gesetze übertreten wurden und sich niemand darum gekümmert hat. Früher haben Whistleblower versucht, selbstgeheim zu bleiben. Heute gehen die direkt in die Öffentlichkeit. Warum hat sich das geändert? Ich denke nicht, dass man so pauschal sagen kann, es hat sich geändert. Sondern es gibt damals solche und es gibt heute solche, die an die Öffentlichkeit gehen und solche, die eher versuchen, das Ganze anonym zu machen. Aber Anonymität ist schwierig. Und in den Zeiten, wo wir sowas wie Prism und Tempora haben, natürlich umso schwieriger. Und ich glaube kaum, dass Snowden auf Dauer eine Chance gehabt hätte, anonym zu bleiben. Edward Snowden wollte zu Beginn vermutlich nur das Beste für seine Heimat. Jetzt muss er fliehen und auf Länder hoffen, die selbst eher ein gespaltenes Verhältnis zu Menschenrechten haben. Das heißt, ein Whistleblower ist auch immer so eine Art tragischer Held? Oft wird er leider Gottes zum tragischen Helden, weil ihm niemand zuhört und weil niemand das macht, was eigentlich gemacht werden müsste, nämlich diese Missstände zu bekämpfen. Guido Strack war das, der erste Vorsitzende des Whistleblower-Netzwerkes aus Deutschland. Dankeschön für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.